Weiter geht's. Ja, wollte ich schon Diablo sagen. Torchlight 2. Ähm, Akt 3. Main Story. Er dient dazu, die Tür zu öffnen, aber ihm fehlt die Energiequelle. Auf dem Schrottplatz findet sich gewiss einer, aber für uns ist es dort zu gefährlich. Vielleicht habt ihr mehr Glück. Ihr wohnt im Wald. In einem Zeltlager. Habt Schrott in den Wald geschmissen und jetzt ist der Schrottplatz zu gefährlich? Okay. Muss ich nicht verstehen. Ihr habt eine neue Quest. Ach, und jetzt darf ich unten durch. Göttlich. Oh, ne, hier ist zu früh. Dann hier. Juhu. Gut, dass ihr es geschafft habt. Eben wollten sie mich zu verreckt nicht durchlassen, kannten mich nicht. Und jetzt, ey, cool. Was ihr macht, Junge? Was ist das? Die sind heftig. Die hauen mir voll aufs Maul. Alter. Hier kann ich noch nichts machen. Irgendwie nochmal den Schaden hochpumpen geht auch nicht. Das könnte ich. Rüstung pro Treff vom 22 verringert. Oh, der Raserei erweitert. Bewegungsunfähig gemacht. Was ist denn doch denn jetzt? Was kackt die Leute da? Die tut mir voll weh. Krass. Okay, wütende Vergeltung. 120% Waffenschaden. Wären dann ja auch schon 250. Machen wir das mal. Direkt zweimal. Summe schon. Ach, der verringert nur die Zeit. Oh, kack. Ähm, was können wir noch machen? Geschick. Ein bisschen mehr Crit Shanks. Wo kommen die Viecher her? Der kotzt die aus, oder was? Weil, wenn ich ganz normal angreife, ich fühle jetzt lang schon auf einen normalen Gegner. Gesund wird das hier nicht. Oh, kack. Na, komm. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass ich mit dem Level ganz knapp dran bin, dass ich fast immer zu low bin. Na. Hau'n kaputt. Alter. Von du, der Meister. Verzauberung, Meister. Wie viel? Drei. Zu viel Gift, zu viel Gift. Der will ja nicht sterben. Der kann ich drauf einklocken, wie ich will. Von du. Oh, weißt du, tausend haben wir noch. So viel Clang in der Fiest. Mein Gepäck ist voll. So viel Clang in der Fiest. 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 Und ich habe schon wieder vergessen, mein Pad zu sein und kaufe ein paar Tränke. Und die Kakerlaken sind auch wieder da. So viel Clang in der Fiest. So viel Clang in der Fiest. So viel Clang in der Fiest. Und im Eingang dieses Gebietes. Du kommst. Übel. Das ging schnell. kann auch einfach sein geht hier 5 tränke verraten und über die erste leben ob man richtig angehen Jetzt hab ich keine Tränke mehr Alter Moin Das Gift hat mich dahin gerafft Damit ich nicht ewig suchen muss Mache ich das jetzt so 4.500 Nee mir reichen eigentlich die hier noch ne 3.600 Dicke Ah ne noch ne Stufe runter Das ist das heftigste was man hier kriegen kann Dynamit Knall angehören 7.200 als Trank Ok Der reicht mehr Dicke Hol jetzt mal 30 Stück So ab die Post Jetzt fängt die Zeit an zu zählen Ich muss mal durch den hier Und schon hab ich neue Tränke Ist zwar ein bisschen verschwenderisch mit den Portalen aber ich muss keinen Händler suchen oder sonstige Kacke Irgendwie muss ich auch noch auf mehr Stärke kommen oder mehr Schaden auf jeden Fall raushauen Das kann ja echt nicht angehen Das ist jetzt die Kacke 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 Paret Kacke Vielleicht muss ich auch das Elektrozeug immer aktivieren Alter Kann doch nicht angehen 해� wise Dahin und Feucht ich bin jetzt so weit von auf die schluss wenn ein champ kommt, den krieg ich nicht platt der begleiter ist verwandelt der oben auf die ebene, geil na ich gucke schon mal ohne, wie lange ich ohne tränke hier gehe ich heute weil das ging jetzt komischerweise vielleicht sind das auch die dinge, die zwischendurch rumfliegen und rüberfliegen mit zu geben das weiß ich nicht nochmal sind das diese komischen dinge hier? na welche schaden machen die nicht? was macht das denn so? gibt mir gar nichts? was ist das denn? ach das ist so ein komischer magier, der die kreise immer hier hinfimmelt ach guck mal da steht sogar noch einer mhm mhm todeskappe wenn die dicken nicht dabei sind, dann gehe ich sogar noch super, dass wir von näheren ebnen hier anreifen super, dass wir von näheren ebnen hier anreifen und dann gehe ich wieder in die zwickmühle und kriege wieder so 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 so